auf ihn konzentrieren, denn für ihn ist das bislang eine exzellente Saison in diesem Wettbewerb. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfus und Frank Buschmann. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb, Brügge gegen PSW Eindhoven. Das Hinspiel im Achtelfinale, ein wichtiges Spiel, ist ja klar. Und wenn du einen guten Start hinlegst, dann hast du natürlich beste Karten, was das Viertelfinale angeht. Aber wenn dir die entscheidenden Prozente fehlen, dann kann der Einzug in die nächste Runde schnell außer Reichweite geraten. Und wenn du einen guten Start hinlegst, dann kann der Einzug in die Runde schnell außer Reichweite geraten. Und wenn du einen guten Start hinlegst, dann kann der Einzug auf die Runde schnell außer Reichweite geraten.